A.K.A. Klinker – Qualität und Kompetenz in gebranntem Ton. Natürlicher Ton aus Deutschland und aus den besten Tonvorkommen Mitteleuropas. Im Tagebau gewonnen, wird dieser natürliche Rohstoff bis zu 40 Mal gemischt, zerkleinert und gemahlen. Für die plastische Weiterverarbeitung wird das aufbereitete Material in modernen Verfahren mit Wasser angereichert. Klinker am Strang – ein formgebendes Mundstück verpresst die entstehende Masse zu einem Strang. Nach dem Verpressen werden die Stränge mit Drähten in einzelne Elemente und im jeweils gewünschten Format geschnitten. Neben dem Verpressen in einem Strang können die Klinker auch in Formkästen hergestellt werden. Hier ist jeder Backstein ein Einzelstück mit eigener Charakteristik und Struktur. Nach dem Pressen werden die Klinker und Ziegel zunächst getrocknet. Mehrere Tage lang lagern sie in den großen Trockenkammern. In einem Tunnelofen werden sie anschließend vier Tage lang gebrannt, bei einer Temperatur von bis zu 1200 Grad Celsius. Auf diese Weise erlangt der Ton seine endgültige Farbe sowie eine extrem hohe Belastbarkeit. Für besondere Ansprüche produzieren wir auch auf die traditionelle Art und Weise. Mit viel Handarbeit und Liebe zum Detail entsteht so einzigartiger Klinker, den wir an unsere Kunden in ganz Europa liefern. Der Großteil der Produktion von AKA-Pflasterklinker und Mauerziegeln erfolgt in unseren modernen Ziegelwerken jedoch hoch automatisiert. Wir produzieren umweltgerecht, 100% natürlich, in zahlreichen Farbtönen, Formen oder Oberflächen und nachhaltig im Einklang mit der Natur. Über die Lieferung hinaus stehen wir Ihnen gern mit Verlegehilfen oder Beispielen mit Rat und Tat zur Seite. Unser Angebot an Pflasterklinker hält eine optimale Lösung für jede Anforderung bereit. Das gilt für Großflächen mit vielen tausend Quadratmetern, aber auch für heimische Projekte wie die Gartenanlage, die Einfahrt oder die Terrasse. Im Bereich der Mauerziegel können wir Ihnen auch eine einzigartige und umfangreiche Auswahl bieten. Vormauerklinker, Handform- oder Wasserstrichziegel, Oberflächen in allen Farben und Formen. Für alle Bedürfnisse, für jeden Anspruch. AKA-Klinker Qualität und Kompetenz in gebranntem Ton AKA-Klinker